Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, im Deutschkurs A2 bis B2 zu Kapitel 3 üben wir zum Thema Goethes Gedicht gleich und gleich die Deklination. Wir sind nun auf der Seite 6 unserer Übungen. Bitte ergänzen Sie die fehlenden Endungen von Nummer 29 bis Nummer 33. Ich werde Ihnen die Lösung dann im Beschreibungsteil des Videos nachliefern. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, natürlich auch für eine mögliche bevorstehende DSH-Prüfung an den deutschen Universitäten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.